Hallöchen! Willkommen zu einem neuen Video! Das Osterwochenende ist vorbei, Leute. Und ich habe, glaube ich, am Sonntag, habe ich, glaube ich, am Tag, als ich bin um 10 Uhr aufgestanden, habe Frühstück gemacht, bin um 12 Uhr wieder schlafen gegangen, habe dann bis um 3 oder halb 4 geschlafen, habe dann bis um, habe dann nochmal so Mittagessen gemacht, habe dann Mittagessen gemacht, dann haben wir gegessen, dann habe ich wieder bis um 9 Uhr geschlafen. Also ich habe den ganzen Tag geschlafen und ich habe das Gefühl gehabt, mein Körper hat das so gebraucht. Und dann sind wir wieder schlafen gegangen und am nächsten Tag habe ich dann wieder bis um 11 Uhr geschlafen. Also ich habe so viel geschlafen. Eigentlich dürfte ich jetzt keine Augenringe mehr haben, aber ich wünschte sehr, die Feiertage hätten noch ein bisschen angehalten. Ehrlich gesagt, noch so 2 Tage, dann hätte ich für mich diese Perfektion erreicht. Ja, aber ist nicht. Ich habe versucht, meinen Mann zu überreden, aber ist nicht, ist nicht. Ich wollte gucken, ob es so Boots gibt, die ich haben will. Die sind allerdings dauernd ausverkauft. Das sind diese Isolated Hunter Boots. Das sind einfach so Gummistiefel, die so isoliert sind. Aber ja, die sind dauernd ausverkauft und das nervt mich voll. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie ausverkauft sind oder ob sie einfach gar nicht mehr produziert werden für dieses Jahr einfach. Und gestern, weiß ich nicht, war bei euch auch so ein Schneesturm. Hier hat es angefangen zu schneien. Also gestern war es richtig Willkommen April in Deutschland. Es hat an einem Tag, ich glaube, 17 Jahreszeiten durchgemacht. Also es hat so geschneit, gehagelt, die Sonne hat geschienen, dann hat es so geregnet, dann war es bewölkt und trüb und kalt. Also jede Jahreszeit und jede Zwischenjahreszeit war auf jeden Fall dabei. Ich habe aber auch gearbeitet, muss ich echt sagen. Also ich habe gestern ganz viel gearbeitet und habe Reels gedreht. Freitag war ja auch Feiertag, da habe ich auch gedreht und geschnitten. Und am Samstagabend habe ich auch geschnitten. Am Sonntag habe ich ja das Video hochgeladen, das ist jetzt. Übrigens, ich mache gerade eine Hühnersuppe. Also die 4,40 ist noch einmal auf Lager. Die sind jetzt echt keine Schönheit oder so, ne? Aber ich brauche definitiv so Gummistiefel für den Wald hier. Ich gehe jetzt sehr oft spazieren und da ist eigentlich immer sehr viel Matsch. Ich bin jetzt in der Küche, die Suppe kocht vor sich hin. Ich habe noch was von Starskin bekommen, hat mein Mann gerade mitgebracht. Von der Post. Und es ist voll gut. Moment, ich zeige euch das kurz. Es sind Fußpfeile. Guck mal, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. So, dann nimmt man die an. Und das hier. Weil meine Füße könnten echt eigentlich eine Pediküre vertragen. Köln hatte alles wieder auf und dann hat alles wieder zugemacht. Die Idiot hätte eigentlich mal einkaufen gehen können, aber habe ich das nicht gemacht. Ich muss so viel machen. Kennt ihr das? Und das stoppt einen so dann. Wisst ihr aber, dass ich gehe jetzt schnell einkaufen, weil sonst ist es nur noch alles zusammengewürfelt. Das wollen immer nicht. Deswegen hole ich jetzt mein Portemonnaie. Wo habe ich denn mein Portemonnaie bei dem Tänk? Ich bin so lange nicht mehr unterwegs gewesen, dass ich gar nicht mehr weiß, wo was ist. Oh, ich glaube, ich habe das sogar unten. Yes, es liegt unten. Wow, das Auto ist ja richtig sauber. Also ich muss dieses Mal tatsächlich Tagesvlogs machen, weil... Oh, habe ich eine Maske? Ich bin am Wochenende bei meiner Familie. Ich fahre schon Freitag sehr früh dahin. Und ich mag das ganz gerne, wenn die Vlogs aneinandergereiht sind und nicht unterbrochen werden. Immer wieder durch andere normale Sit-Down-Videos. Weil es dann irgendwie so keine Geschichte ergibt. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es so cool, wenn es so einfach Vlogs sind. Und ja, es passiert jetzt nicht so ganz so viel. Aber es ist halt einfach ein Alltag, durch den ich euch mitnehme. So, als ich in den Neinkauf reingelaufen bin, hat es gehagelt. Und als ich jetzt, seit ich wieder raus bin, scheint die Sonne. Ich habe jetzt ein paar Sachen eingekauft. Mal gucken, ob ich nicht wieder irgendwas vergessen habe. Ich glaube, das ist jetzt das Erste, was ich machen werde. Erstmal das Essen fertig machen für heute. Und danach kann ich anfangen zu schneiden und ein paar Dinge zu erledigen. Ich überlege auch, ob ich diese Sachen im Kino schwarz streichen soll. Die Gardinenstange und dieses Teil, wo der Beamer draufsteht. Die sind ja weiß, so metallweiß. Und ich habe so eine Metallfarbe gekauft. Und ich überlege, ob ich das schon mal schwarz streichen soll. Weil ich glaube, es wird zwei Runden brauchen. Weil ich weiß nicht, Gardinenstangen zu streichen ist ja ein bisschen aufwendig. Aber ich wollte jetzt nicht wieder neue kaufen. Und die wieder umsonst gekauft haben für ein halbes Jahr vielleicht. Deswegen habe ich einfach nur eine Farbe gekauft. Gestern haben wir unten im Kino einen Film geguckt. Übrigens ist das so ein Film, die Halbbrüder heißt der. Der war sehr lustig. Also ich habe sehr viel gelacht. Der ist zwar sehr low budget, da ist keine krasse Produktion dahinter. Aber ich fand es sehr, sehr witzig. Mit Teddy Comedy ist da drin. Das heißt, Sido, ja, Sido ist mit dabei und so. Und ja, war sehr lustig. Und den dritten Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Und das sind alles Halbbrüder. Und das war so witzig. Auf jeden Fall bin ich auf die Idee gekommen, ob man nicht auch noch die Decke im Kino in schwarz streichen soll. Ihr werdet euch jetzt denken, oh, Tara. Aber ja, gestern kam ich irgendwie, als wir da lagen, auf diese Idee. Und mein Mann meinte, keine Ahnung, weiß ich nicht. Sag du es mir. Und ich habe selbst keinen Plan. Deswegen frage ich euch. Ich zeige euch gleich nochmal das Kino, damit ihr das nochmal vor Augen habt. Dann können wir vielleicht gemeinsam entscheiden, ob wir das in schwarz streichen sollen oder nicht. Zwölf Flaschen oder was, das sind Cola-Sieber mitgebracht, weil ich nie eine ganze Flasche leer trinke. Und dann ist der Rest wieder ohne Kohlensäure. Ich mag das zwar gerne, aber ja, trotzdem habe ich das Gefühl, es ist dann irgendwie alt. Und deswegen wandert immer ein, zwei in den Kühlschrank, dann ist es okay. Und dann habe ich noch mitgenommen. Das habe ich übrigens letztens von meiner Freundin geschenkt bekommen. Wie süß, oder? Zu Ostern von ihrem Sohn. Mein Lieblingsraße. Das hier ist meiner Meinung nach das leckerste Olivenöl. Und man kann es auch noch erhitzen. Ist es das, was man so erhitzen kann auch? Es gibt noch eins von Bertoli, das kann man auch zum Braten nehmen. Das war mal gelb. Ich weiß nicht, ob es dasselbe jetzt ist. Dann haben wir noch Balsamico, Möhren, Rucola, Schokolade. Und hier Petersilienwurzel. Welche Popcorn wir gestern gegessen haben zum Kinofilm war übrigens sie. Die mag ich gerne in der Mikrowelle. Ich hole jetzt das Hähnchen hier raus. Und dann schnibbel ich das klein. Dann schnibbel ich noch Gemüse klein. Und schmeiße alles wieder zurück in die Suppe. Und hoffe, dass sie so schmeckt wie bei meiner Arme. Das, was ich gerade sehe, kann nicht wahr sein. Leute, es ist unglaublich. Ernsthaft? Der Schnee bleibt liegen. Guckt euch mal bitte das Dach an. Hier ist alles voller Schnee. Das ist nicht normal. Ich habe mich gerade gefragt, warum es auf einmal so dunkel wird. Und ich gucke aus dem Fenster. Und der Schnee liegt da. Und ich so, auf unseren Autos liegt der Schnee. Einfach Mayas Auto ist voller Schnee. Ich glaube, mein Mann hat noch nichts von dem Schnee mitbekommen. Ich gehe dem das jetzt sagen und Maya. Essen braucht noch ca. 15 Minuten. Und ich komme nicht drauf klar. Guck mal bitte, mein Dachfenster ist komplett voll. Aber da ist wieder, oh, man sieht auf diese Hagelkörner noch. Und da ist auch schon wieder blauer Himmel. Und ich bin jetzt nur eine Etage runtergelaufen. Und die Sonne scheint wieder. Der Garten sah lange nicht mehr so aus. Der Wahnsinn. Uh, meine neuen Teppiche sind da. Ein Karton fehlt, hat der Postbote gesagt. Aber das ist nicht schlimm. Hier ist ja genug. Der Teppich ist auch so riesig. Mal gucken, welcher davon fehlt. Aber als erstes werde ich jetzt erstmal was in Ruhe schneiden hier. Und mich ein bisschen setzen. Draußen ist auch alles schon wieder weggeschmolzen. Mein Bruder hat auch noch ein Video geschickt. Bei denen in Gommersbach liegt so viel Schnee auf einmal. Ich glaube nicht, dass das jetzt einfach schmilzt. Aber ja, wir gucken, wie lange das Wetter so ein Hin und Her ist. Maya legt generell immer mein Handy auf den Stuhl, wenn sie den Tisch abputzt. Yes. Ich sitze hier oben und drehe meine Videos. Das ist ein Wetter-Vlog. Leute, was ist das? Kann ich ein Foto machen? Oder muss ich nach draußen gehen? Das riecht mal schnell zu Ende. Vielleicht kann ich ja doch ein Schneebild machen. Es ist aber so gemütlich. Ich will einfach den Kamin anmachen. Aber den darf man leider erst nächste Woche anmachen. Weil der Putz mindestens vier Wochen getrocknet sein muss. Sonst hätten wir jetzt definitiv den Kamin angemacht. Aber es ist schon sehr, sehr gemütlich so, ne? Ich werde mir jetzt die Maya schnappen. Und wir werden rausgehen, ein Foto machen. Ich habe jetzt zwei Reels gedreht. Und zwei Reels geschnitten. Und ein IGTV auch geschnitten. Und das ist schon nicht mehr Schnee. Das ist ein Schneesturm. Der Knaller. Ich sag's dir. Ich ziehe mir jetzt ganz weiß an. Oder? Ja, ganz weiß beruhig. Eigentlich jetzt cool. Ich habe jetzt meinen Outcourt-Tür-Pullover angezogen. Ganz ehrlich. Nichts ist gemütlicher als er gerade. Und wir haben bis heute, das gilt leider nicht mehr für Mittwoch. Aber wir haben bis heute, wenn wir auf Instagram folgen, 10% mit dem Code EASTER10. Ich weiß nicht. Vielleicht kriege ich ihn noch bis Mittwoch rein oder durch. Wenn ja, dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid und schreibe es in die Infobox. Aber ansonsten ist er ja alle Male jeden Cent wert. Nee. Maya nicht schützt. Scheiße, ich wollte dich erschrecken. So, weil ich dich ja nicht sehe durch das Display. Geh so rein. Merci. Ich bin jetzt umgezogen und ich habe mal die Kommentare in meinem letzten Video mir angeschaut. Und es haben sich so viele gewünscht, dass ich nochmal meine Parfums zeige, ein Update mache und nochmal zeige, welche ich gerne mag. Und deswegen werde ich die jetzt Tisch für Tisch hier hinholen. Und es sind nämlich drei Beistelltische. So, ganz kurzer Disclaimer. Ich bin Bloggerin. Ich bekomme sehr viele Düfte geschenkt. Also ich wirklich bekomme generell einfach sehr, sehr viele Produkte geschenkt. Das ist nicht die Norm. Also es ist nichts, was man braucht oder wonach ihr streben solltet oder sowas. Klar, Düfte sind sehr schön. Ich verwende sie mit sehr vielen Orten oder Geschehnissen, Ereignissen. Ich habe sogar noch Düfte hier stehen. Da ist noch ein Minitropfen drin, einfach weil ich mich daran erinnere, was an diesem Tag oder in dieser Zeit passiert ist, in der ich diesen Duft gerne getragen habe. Aber bitte jetzt nicht denken, wow, ich habe jetzt drei Düfte. Das ist viel zu wenig oder so, weil meine Schwester zum Beispiel, die hat vielleicht zwei Düfte und die kauft sich erst neun, wenn sie die aufgebraucht hat. Und das ist auch völlig normal, auch wenn man zum Beispiel erst mal einen Duft hat und dann den leer macht, bis man den nächsten holt und so weiter. Ja, keine Norm, bitte kein Beispiel dran nehmen. Ich fange an mit einem Duft, den ich mir viele Jahre immer wieder nachgekauft habe, selbst. Ich habe ihn nie zugeschickt bekommen. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Er hat so eine Vanillenote, ist für mich ein eher winterlicher Duft. Eher etwas, was ich zum Beispiel heute tragen würde bei Schnee und Kälte. Das ist Hypnotic Poison von Dior. Und der erinnert mich sehr an meine Studentenzeit. Ich bin gerade ausgezogen und ich war gerade so frei, wollte ich schon sagen, also so unabhängig. Ich hatte meine eigene Wohnung. Ja, war so zwischen Erwachsen und Kind. Manchmal denke ich, ich bin immer noch ein Kind. Aber ich mag diesen Duft bis heute sehr gerne. Erinnert mich an sehr, sehr schöne Tage. Ich hatte wirklich wundervolle Jahre in meiner Studienzeit, die ich nicht missen möchte. Und ja, ich mochte den Duft super gerne. Ich würde mich so gerne damit jetzt einsprühen. Aber ich mache es jetzt nicht, weil ich glaube, ich werde an sehr vielen Düften riechen. Und ich kriege gleich auch Koffiemärzen. Aber ja, das ist für mich ein Duft voller Menschen und Ereignisse und Orte. Und habe ich sehr häufig nachgekauft. Aber ich habe ihn wirklich immer nur im Herbst angefangen zu tragen. Bis zum Winter und das über viele Jahre. Und ich glaube, das wird sich auch über viele Jahre weiterhin durchziehen. Ich mag ihn super gerne. Ich mag ihn super gerne. Hypnotic Poison von Dior. Wer ist im Team? Dann habe ich hier einmal von Burberry The Beat. Den habe ich bei meiner Freundin gerochen. Dann hat ihm die Tante von meinem Mann mir ihn direkt geschenkt, weil ich gesagt habe, oh mein Gott, du riechst so gut. Das ist ein sehr sauberer Duft. Das ist so ein Duft, wenn ich frisch geduscht habe und mich sehr... Passt tatsächlich eigentlich zu jedem Anlass, aber ist sehr, sehr pudrig. Riecht sehr gut. Ich mag den sehr gerne, The Beat von Burberry. Ich muss sagen, ich habe ihn ab und zu vergessen. Aber am Anfang, als ich ihn bekommen habe, habe ich ihn wirklich dauernd getragen, weil das so ein schöner Duft ist. Ich muss sagen, er verfliegt schnell oder ich gewöhne mich schnell an den Duft. Ich weiß es nicht genau. Wie Babygeruch für Erwachsene. Also so ganz sauber, so rein. Hier einmal Yves Saint Laurent, den habe ich leider einmal mitgenommen und da ist mir im Koffer das Yves Saint Laurent Zeichen abgefallen. Aber Yves Saint Laurent Libre. Auch ein Duft, den ich trage, wenn ich will, dass man Ja sagt zu allem, was ich sage. Also wenn ich etwas erreichen möchte, wenn ich irgendwie zum Beispiel ein Meeting habe und ich will, dass es so bossy ist, dann trage ich ihn. Weil er ist für mich sehr elegant und sehr absolut feminin. Das ist jetzt nicht irgendwie männlich oder sowas. Vielleicht maskulin oder hat irgendwie eine schwere Note oder so. Er ist sehr, sehr feminin. Er ist auch floral, aber es ist ein schwerer Duft. Er ist so, ich bin da. Hier einmal Kenzo. Ich muss sagen, irgendwie, wenn ich ihn an anderen rieche, mag ich ihn sehr gerne. Das ist Kenzo World. Aber ich weiß nicht, warum ich ihn nicht selbst häufiger getragen habe. Ich musste immer sehr viel niesen. Ich weiß nicht, ob irgendein Bestandteil da drin ist, den ich nicht vertragen kann. Aber ich zum Beispiel, wenn Tarani den trägt, also eine meiner besten Freundinnen, wenn sie ihn trägt, dann sage ich immer, oh mein Gott, was trägt du? Und sie sagt immer, Kenzo World. Und ja, dann denke ich mir immer so, man, ich kann ihn einfach nicht tragen. Aber wenn ich ihn tragen möchte, dann sprühe ich mir sehr gerne Bereich Kniekehle oder so ein bisschen unterhalb meiner Brust. Dann haben wir noch Wanderlust oder Wanderlust von Michael Kors auch. Ich weiß nicht, ich habe den so häufig getragen. Man sieht einfach gar nicht, dass ich ihn getragen habe. Das war so mein, ja okay, also ganz ehrlich, ein Jahr können wir jetzt auch überspringen. Aber im vorletzten Jahr habe ich ihn nur noch im Sommer getragen. Ein wunderschöner Duft, der mich auch sehr an Urlaub erinnert und an verschiedene Orte und verschiedene Strände und verschiedene Menschen und Beachpartys und sowas. Sehr, sehr schöner Duft. Ich habe hier zum Beispiel noch einen verpackten Interdit von Givenchy, einfach weil ich noch nicht dazu kam oder noch einen besonderen Moment abwarten möchte. Aber das habe ich zum Beispiel auch zugeschickt bekommen. Deswegen wundere ich mich. Es ist einfach immer viel bei Bloggern. Dann haben wir hier einmal Lady Million Empire. Ihr erinnert euch bestimmt an den klassischen Lady Million, der war ja auch ein Ride or Die. Ich glaube, jeder hat Lady Million getragen. Und ich rieche jetzt gerade nichts. Ich sprühe das mal auf mein Handtuch, damit ich hier nicht gleich... Der riecht sehr süß. Es ist nicht so mein Ding. Also es ist eher so diese süße Geschichte. Ich würde ihn definitiv zu so einer Grillparty im Sommer tragen mit so einem Blümchenkleid. Das ist für mich, was dieser Duft beschreibt. Aber es wäre so sehr ausgewählt. Es wäre nicht ein Jeden-Tag-Duft, was er ja auch überhaupt nicht sein muss. Aber ja, er ist eher so diese süße Seite. Dann haben wir von Hugo Boss The Scent. Mag ich sehr gerne. Ich glaube, das ist auch meine zweite Flasche. Weiß ich gar nicht. Boah, jetzt riecht es ja so... Das ist auch so ein süßlicherer Duft. Aber er ist so ein bisschen gemischt noch mit pudrigen Düften. Skaliert, weil jetzt habe ich angefangen zu sprühen. Ich weiß nicht, erinnert mich an meine Mama. Meine Mama trägt den auch. Und deswegen mag ich ihn sehr gerne. Er ist so ein bisschen zitronig. So, wenn ihr so auf Citrusfrüchte steht. Das hat der Hugo Boss Duft sehr. Ich mag auch diesen Flakon sehr. Das ist so ein bisschen so ein Power-Flakon. Ich mag es sehr schlicht. Aber trotzdem mit diesem Deckel macht er noch sehr viel. Bei mir ist sie von Armani ein sehr, sehr toller Duft. Dafür habe ich mal ein Foto gemacht. Mit Blumen komplett um mich herum. Das ist aber... Die Version nennt sich... Ich weiß gar nicht, heißt das sie Pudre oder so? Weil von sie gibt es ja auch ganz viele. Und ich mag diesen rosanen am allermeisten. Letztens ist meine Schwägerin getragen und ich so... Mein Gott, wonach riecht du? Und sie so, das ist sie von Armani. Und dann habe ich ihn die nächsten Tage nur noch getragen. Auch ein sehr schöner floraler Frühlingsduft. Sommerduft, der wirklich an jedem gut riecht, außer an mir. Aber ich will ihn trotzdem nicht weggeben, weil ich sprühe manchmal einfach meine Gegenstände beziehungsweise meine Schals oder sowas damit an. Das ist hier von Narciso Rodriguez. Ist das Pudre? Ja, das ist Pudre. Und wie der Name schon sagt, sollte er eigentlich perfekt zu mir passen. Irgendeine Note ist mit dabei, die an mir komisch riecht oder zu schwer riecht. Nicht pudrig genug. Ich weiß nicht, warum Pudre nicht gerade zu mir passt. Das hat mich schon deprimiert. Dann haben wir hier am Deutschen Gabbana The One. Einen habe ich seit meiner 13... also seit der 13. Klasse. Meine damalige beste Freundin Simona hat den getragen. Und ich mochte diese Frau sehr gerne. Sie war für mich ein großes Vorbild. Sie hat sich immer so toll angezogen, so schön geschminkt. Damals, als wir schon so super Cake-Faces hatten, hat sie so ganz leichtes Make-up und ihre Augenbrauen so schön hochgekämmt. Und so. Also sie hatte schon sehr, sehr viel Stil. Und sie war eine sehr loyale und sehr tolle Freundin. Und ja, ich habe diesen Duft bis heute, weil er mich einfach an sie erinnert. Und diese Freundschaft hat zwar nicht gehalten, aber dieser Duft wird immer bei mir bleiben. Und er wird mich immer an Simona erinnern. Und ja, ich weiß noch, wie sie den getragen hat und ich sie gefragt habe, was ist das für ein Duft. Und wir beide haben damals bei Kaufmann an der Kasse gearbeitet. Und ich habe mir den dann direkt mit meinem nächsten Gehalt gekauft. The One von Deutschen Gabbana. Riecht schon gar nicht mehr danach, ehrlich gesagt. Weil ich meine, das ist jetzt über 10 Jahre her, ne? Ja, das ist jetzt 10 Jahre her. Also dieser Duft in dieser Flasche ist das. Deswegen muss ich mir irgendwann wieder nachkaufen. Boah, erinnert mich so sehr an sie. Wie wir da in der Bahnhaltestelle immer, weil wir haben ja in der anderen Stadt unsere Abi gemacht. Dann haben wir hier von Erin. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Habe ich jetzt ganz neu bekommen. Ist wirklich nur ein paar Monate alt. Der Amber de Noir. Und das ist ein ganz berühmter Duft. Also dabei so ein Nischenduft. Kein so klassischer Duft, der in jeder Parfümerie steht. Sondern es ist eher so ein sehr eleganter Duft. Das ist jetzt für mich nichts, was ich irgendwie sportlich oder casual oder so tragen würde. Sondern wirklich mit so einem kleinen schwarzen oder sowas würde ich den hier nehmen. Sehr, sehr elegant. Diesen Knoten hier. Der Rest, das sind die Leute, die ich von Dior zugeschickt bekommen. Das sind so kleine Miniaturen von deren Düften. Ich habe zum Beispiel letztens mitgenommen nach Madrid. Habe ich Lucky mitgenommen. Und einen von den La Vielle Düften. Jetzt habe ich es. Ja, das war es auf diesem Tisch. Und das ist schon eine Menge. Und das ist noch der kleinste Tisch. Ich hole mal den Rest. Ich wusste, dass das passiert. Weiter geht es mit den Düften. Das sind hier so kleine Galois-Düfte. Dann habe ich hier kleinen Bulgari Omnia-Duft und Jo Malone. Das sind so Düfte, die ich dann zugeschickt bekommen oder dazubekommen habe, wenn ich irgendwas gekauft habe. Dann habe ich manchmal so eine Luxus-Miniatur dazubekommen. Ich nehme mich gerne mit in den Urlaub einfach, wenn man wieder Urlaub macht. Hier einmal zum Beispiel Bulgaris Omnia. Dafür habe ich mal geworben. Sehr, sehr schöner Duft. Habe ich letztens getragen. Mein Mann hat direkt gesagt, boah, was ist das? Es ist so ein leichter, frühlingshafter, aber pudriger, blumiger Duft. Der ist nicht so aufdringlich. Der ist nicht so, ich bin in your face da. Der ist da, wenn du so vorbeigehst. Nur so ein Hauch von. Mag ich sehr gerne. Es ist ein sehr, sehr schöner Duft. Olympia von Paco Rabanne. Auch ein sehr schöner Duft. Habe ich auch wirklich bis, ich weiß auch nicht manchmal. Ich tendiere dazu, Puder oder irgendwie alles, was kosmetisch ist. Es ist nicht komplett aufzubrauchen, wenn ich so am Ende bin. Ich weiß auch nicht. Der ist auch so ein bisschen Citrus-mäßig. Aber ich muss den jetzt weg tun. Also das ist jetzt auch echt nicht mehr schön hier, dass ich das so rorte. Aber den mache ich auch sehr gerne. Ich kann schon fast gar nicht mehr sagen, was es für eine Duftrichtung war, weil er ist einfach vorbei. Dann haben wir hier die La Perla-Düfte, die ich euch auch schon vorletztes Jahr da so gezeigt habe. Der schwarze riecht viel stärker als der rosa. Und das sieht man ja schon am Flakon. Die habe ich auch schon lange nicht mehr getragen, weil... Das sind auch so Nischendüfte, finde ich, die, wonach kaum jemand riecht. Ganz schön viel Passwort hier. Dann haben wir einmal, das brauche ich nämlich nicht riechen, das ist einer meiner liebsten Düfte. Das ist Supreme Bouquet von Yves Saint Laurent, einer der teureren Düfte von Yves Saint Laurent. So der Luxus-Düfte, die es auch nicht so in Parfümerien gibt, sondern eher bei Bräuninger und Co. Das ist für mich so ein Duft, der sehr sexy ist. Der ist so sehr, wenn ich so ein richtig cooles, schönes Kleid trage oder ein Mini-Rock oder so, dann trage ich den hier. Weil er ist irgendwie so, der unterstreicht mehr sexy, als dass es irgendwie süß oder blumig oder sowas ist. Das ist zum Beispiel nicht, was ich mit einem Sommerkleidchen tragen würde, aber eher mit einem kleinen schwarzen. Dann haben wir die ganzen Kayali-Düfte von Huda Beauty und ihrer Schwester. Ich muss ehrlich sagen, das sind nicht ganz so meine Düfte. Dann haben wir von mir einen sehr geliebten Duft, und zwar von Jo Malone, der Pony and Blush Suit. Mag ich sehr gerne. Ist für mich so ein Duft, den man mit allem mixen kann. Also den mische ich auch gerne mit schwereren Düften. Der ist sehr leicht, aber der ist so sehr gehaben. Das ist sehr ein Duft, bei dem man weiß, das hat eine sehr hohe Qualität. Das ist nicht so, dass du so in jedem Regal kaufen kannst, sondern wirklich ausgewählten Parfümerien. Gibt es auch sogar bei Sephora. Und ich habe den jetzt bei Jo Malone damals in der Stadt auf der Ehrenstraße in Köln selbst gekauft. Und das ist wirklich so ein Erlebnis, da bekommt ihr dann so eine Box. Und es wird alles aus dem Seidenpapier eingehüllt. Und die Tüte ist aus Papier, aber so richtig schön alles. Und ja, damals habe ich auch diese kleinen Samples noch bekommen. Und das sind Samples, also das ist richtig cool. Ich habe damals noch mehr Sachen gekauft, habe noch Freundinnen von mir Boxen gemacht. Und deswegen habe ich so Samples bekommen. Aber ja, mache ich sehr gerne. Hätte ich eine riesen Hochzeitsfeier gemacht übrigens, wären meine Kerzen alle von Jo Malone. Aber dann ein Duft, welchen ich immer zu Hause habe. Kein High-End-Duft oder so, sondern einfach ein, mit dem ich mich einfach besser fühle. Das ist von Intimissimi die Nummer 1. Das ist für mich der pudrigste, sauberste Duft überhaupt. Also wenn ich aus der Dusche komme, irgendwie an einem Samstagmittag oder so, sprühe ich mich damit ein oder anderen Sonntag. Wenn ich die ganze Zeit in diesen Chiller-Klamotten bleibe, sprühe ich mich damit ein. Das ist auch ein Duft, mit dem ich so mit schweren, eher maskulineren Düften mixte, damit der so ein bisschen weiblicher oder leichter oder so ein bisschen weicher wird. Also das ist für mich auch so ein Mix-Duft. Kann ich auch sehr empfehlen. Habe ich auch schon viele Jahre immer bei meiner Sammlung. Dann haben wir hier Saint-Laurents. Das war nicht so mein Ding. Mont Paris heißt der. Ja, der ist auch sehr schwer. Das ist so ein Duft, den ich meiner, der Tante von meinem Mann schenken werde. Gut, dass ich, ich kriege nämlich noch einen, den ich ihr schenken möchte von Lancome ein. Auf jeden Fall, das ist so ein schwerer Duft. Das ist absolut was für sie. Also wenn sie den riecht. Und dann haben wir noch von Galar, die Mont Galar-Düfte, die auch sehr schön sind. Das hier ist einmal, das sind die zwei, die ich sehr gerne mag. Bloom of Rose ist, glaube ich, der neuere. Und das ist, glaube ich, der klassische, wenn mich nicht alles täuscht. Der hier, wie der Name schon sagt, ist sehr rosig. Aber der ist aber nicht rosig-rosig, so wie man es kennt, sondern wirklich, der riecht nach Pfingstrosen und roten Rosen und weißen Rosen. Und so alle Rosen gemixt, wenn du so eine, durch so einen Rosengarten läufst. Das hier ist dieser Duft von Galar, der Bloom of Rose. Also sehr, sehr schöner Duft. Kann ich mir auch sehr schön als Hochzeitsduft übrigens vorstellen. Dann haben wir noch den normalen, klassischen. Meine Nase ist gone, Leute. Der ist melzitronig, der ist eher so Gartenparty. Ich muss auch echt sagen, wenn ich mein Outfit wähle und dann irgendwo hingehe, jetzt nicht mehr, weil es nichts gab, aber sonst bin ich wirklich eine, die so davor steht und guckt, passt das, riecht, also werde ich mich an diesen Ort, diesen Geruch gut erinnern oder wird das eher verschwinden und passt dieses Parfum zu diesem Ort und so, ne? Also ich mache mir da schon sehr große Gedanken. Ich mag Düfte sehr gerne. Dann haben wir noch die Black Opium Düfte. Den klassischen, den mag ich sehr gerne. Und einmal den mit Gin Tonic und so weiter. Das ist der Intense. Dafür habe ich damals auch geworben. Auch ein Duft, mit dem ich gerne ausgegangen bin. Immer wenn ich mit meinem Mann ausgegangen bin, wenn wir irgendwie feiern, was trinken, Restaurant gegangen sind, dann habe ich Intense getragen und der mochte den auch sehr gerne. Es ist ein sehr starker, also nicht starker, starker Duft, sondern du bist sehr stark mit diesem Duft und du willst was sagen und du willst Spaß haben und das Leben genießen und so. Und deswegen, den mag ich sehr gerne. Die wünsche ich, ich darf ihn bald wieder benutzen. Es ist immer noch keine Norm, okay? Immer noch kein Beispiel an mir nehmen. Wir haben hier einmal wieder kleine Prübchen von Lancome. Das sind diese La Vieille-Belle Düfte. All das La Vieille-Belle Düfte, die ihr hier auf der Seite seht. Wir haben hier einmal den klassischen La Vieille-Belle, aber mit so einem extra Aufdruck, also so eine Limited Edition war das. Das ist auch eine Limited Edition von dem klassischen La Vieille-Belle, aber mit diesem Flacon, der auch sehr, sehr schön ist. Und dann haben wir einmal, ich glaube, Anne Rose ist das. Ich habe die vertauscht. Das ist Intense, also der La Vieille-Belle-Duft nur noch intensiver. Und das hier ist Anne Rose. Den habe ich auch kurz vorm Lockdown rauf und runter getragen und dafür habe ich auch viel geworben, weil das ein sehr, sehr toller Duft ist. Auch so ein wirklich sehr floraler, aber sehr, sehr rosiger. Also nach wirklich echten Rosen, nicht so nach irgendwie, nach so einem Billow-Rosen-Parfum, sondern es riecht wirklich nach einem schönen Rosengarten. Dann haben wir hier Eclat. Eclat habe ich, also Eclat habe ich wirklich jedem empfohlen. Das ist auch so ein Flacon, welches definitiv weg muss. Das ist doch Eclat, oder? Ich glaube, das hier ist auch Eclat. Deswegen brauche ich jetzt nicht beide, aber ich habe den so vielen empfohlen, weil das ist so ein toller Duft, dass man sieht, der ist auf jeden Fall schon umgeswitcht, also umge... Das kann man auf jeden Fall hier nicht mehr benutzen. Das ist so ein Duft. Ich glaube, der ist unter den Top Ten. Garantieren kann, dass man dafür Komplimente bekommt. Der ist Feminine, aber rosig, aber stark. Also sehr schön, aber sehr Feminine auch. Dann, ich glaube, das ist auch nochmal Eclat. Dann haben wir hier den ganz neuen, das ist Soleil Cristal. Oder Cristal Soleil? Ne, Soleil Cristal. Ja. Ein sehr schöner holographischer Flacon. Sehr, sehr hübsch gemacht. Sehr elegant natürlich. Und ja, der Vier Belldifte sind einfach Klassiker. Hier einmal eine Seife von Dior liegen. Doch, das ist eine Parfumseife. Aber ja, das würde ich wahrscheinlich jemandem schenken, der so Seifen benutzt zu Hause. Wir haben hier Idol. Ich glaube, das ist meine dritte oder so Flasche. Sehr geliebtes Parfum von mir. Neigt sich auf dem Ende zu. Und ich hoffe sehr, dass ich bis dahin ein Backup habe. Sehr, sehr schönes Flacon. Passt in jeder Handtasche. Das, glaube ich, das dünnste Flacon, was es gibt. Es liegt sehr schön in der Hand. Und ist einfach sehr innovativ. Also, allein das Flacon ist sehr schön. Aber der Duft ist eine... Ich glaube, er würde unter den Top 5 meiner liebsten Düfte landen. Mag ich sehr. Er ist auch sehr halt so, wie ich es die ganze Zeit beschreibe, sehr... Er ist so leicht, aber er ist da. Also, er ist präsent, aber er drängt sich nicht auf. Dann haben wir Miracle. Das ist in Französisch ausgesprochen. Oder Miracle auf Englisch. Von Lancome. Ein sehr underrated Duft, sage ich immer. Also, der ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch so unschlagbar. Das ist für mich auch einer der pudrigen Düfte, der so ein bisschen noch was rosig-blumiges mit da drin hat. Aber das ist so ein Duft, den ich auch mixe mit anderen. Das ist auch so keiner, der sich aufträgt. Auch einer, den ich nach dem Duschen einfach auftrage. Das ist so ein... Der unterstreicht so ein bisschen diesen femininen Charakter. Mag ich auch. Dann haben wir Libre wieder in Intense. Oder in... In Intense heißt das. So, wie die übrigens Libre aussehen. Also, meine Nase hat eine Pause gebraucht. Und mein Speicher war voll. Hier haben wir noch eine Schneekugel von Interdi. Givenchy ist Interdi. Voll schön. Dann haben wir hier Delina. Das ist ein Mali-Duft, meine ich, ne? Ja, ein Parfums de Mali. Und das ist wirklich ein Duft, der ist so schön. Der ist auch ein Nischenduft. Das ist auch kein Duft, den man jetzt irgendwie an jedem riecht oder so. Definitiv auch einer, für den man viele Komplimente bekommt. Der ist sehr... Auch sehr blumig. Also sehr so feminin blumig, ne? Sieht man ja auch schon in dem Flakon. Davon habe ich auch hier einmal Body Lotion. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie auf ein Event gegangen wäre oder so, hätte ich dann das dazu benutzt. Dann hätte das sehr, sehr, sehr schön gehalten. Dann haben wir hier ein All My Cents Duft. Den habe ich euch auch ganz oft gezeigt. Rose Affair. Auch sehr rosig und feminin. Und entweder mag ich es sehr blumig oder ich mag es sehr pudrig. Dann haben wir hier von Dior mein Hochzeitsduft. Dann haben wir hier einmal Rouge Trafalgar. Dieser Duft ist, glaube ich, dauernd ausverkauft. Ein sehr, sehr schöner Duft. Ja, also ich kann... Natürlich ist mein Hochzeitsduft, ne? Ich kann nichts sagen, außer, dass es der schönste Duft überhaupt ist. Ich habe ihn zu meinem Hochzeitsduft gewählt, weil mein Mann anders gesagt hat, oh mein Gott, wow. Also er war so... Er hat so viermal so... Boah, das riecht so... Das riecht so gut. Und ja, deswegen wurde er mein Hochzeitsduft. Der ist halt sehr besonders, sehr, sehr hochwertig. Und ich würde mir sehr gerne aus dieser Reihe Lucky holen, aus den Christian Dior Düften. So einer, der sehr romantisch ist halt für mich. Das ist natürlich meine Erinnerung mit diesem Duft. Dann haben wir einen ganz neuen, den habe ich noch nicht so oft getragen. Das ist Misty Ours Rose and Roses. Dann ein Duft, den meine Lehrerin damals getragen hat. Die, meine BWL-Lehrerin. Ich habe ja mein BWL-beziehungsweise Wirtschaftsabitur gemacht. Und sie hat immer Jean-Paul Gaultier's Klassik getragen. Und sie hat immer Manolo Blanix getragen. Und sie war für mich die schlauste Person. Also sie war so intelligent. Oder sie ist so intelligent. Und sie war für mich auch ein großes Vorbild. Und ich habe mich nie an ihr Satz sehen können. Sie war eine großartige, sehr geduldige Frau. Die auch nach der Arbeit, also nach dem Unterrichten, hat sie uns noch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Gerade in so Klausurphasen und so. Und sie hat uns immer irgendwie geholfen und uns immer zugehört. Also sie war eine wirklich großartige Person. Und mit der verbinde ich der Jean-Paul Gaultier's Klassik-Duft. Dann haben wir noch Tresor-Düfte. Die hier, das sind Lancome's Tresor-Düfte. Ich habe hier noch einen ganz neuen von Kenzo. Den habe ich gestern getragen oder vorgestern. Ein sehr, sehr schöner Duft. Das ist der Flower by Kenzo Duft. Der wurde nochmal aufgepimpt. Den gibt es ja schon etliche Jahre. Und ich bin wirklich in den verliebt. Den habe ich euch aber auch schon mal in dem Vlog gezeigt. Da habe ich ganz viel darüber geredet. Und das ist ein sehr, sehr schöner Duft. Ich hoffe, dass wir bald unsere Düfte alle mehr tragen können. Sie ausführen können. Diese zwei Düfte landen jetzt auf jeden Fall in dem Müll. Danke, dass ihr mich dazu gebracht habt, die auszusortieren. Und jetzt stelle ich den Schrank wieder zurück und putze meine Nase. Die ist jetzt, die ist jetzt, ciao. Wir packen gerade die Pakete aus von Benuta. Und das ist der erste Teppich. Der ist für die Küche, weil ich will gerne so schwarze Vasen und Bilder in die Küche hängen. Und weil wir haben ja auch schwarze Griffe da hinten. Und deswegen habe ich mich für diesen schwarzen Teppich entschieden. Und mein Mann sagt gerade, schön. Ich finde ihn auch sehr schön. Der muss natürlich noch gesaugt werden. Und der muss sich einmal noch richtig hinlegen. Und wir räumen jetzt einmal noch die restlichen aus. Soll ich ein Kissen holen? Wow, ich bin sehr gespannt, wie das hier drunter sein wird. Der ist ja viel kleiner, ne? Von der Länge und auch von der Tiefe hier. Der ist ja nicht ganz unter dem Sofa. Und ich hoffe, dass das dann passt. Dann ist das der Läufer für die Küche. Und der andere, der kleine gelbe, der war eigentlich für da hinten gedacht. Aber das ist die falsche Größe. Da müssen wir nochmal umdisponieren. Und das hier war für meine Mama. Das zeige ich euch auch noch. Aber jetzt gibt es erstmal Abendessen. Das ist das Essen, was wir heute Mittag schon gegessen haben. Wir haben hier immer Hühnersuppe, Salat, Hähnchen und Reis. Good morning people. Wie geht's? Ich habe heute ein bisschen stressigen Tag. Schneide übrigens immer noch. Just saying. Und zwar habe ich ein Kleid bestellt von Ted Baker. Leider gab es das nur in 38. Aber ich wollte unbedingt ein hellblaues Kleid für den Standesamt-Termin meiner Schwester. Weil... Warum sehe ich so dunkel in der Kamera aus? Weil sie als Kind immer ein hellblaues Kleid getragen hat. Sorry, ich habe so einen Halsbombomb im Mund. Und ja, dann habe ich eins bestellt. Aber es ist leider zu groß. So sieht das aus. Sehr, sehr schönes Kleid. Richtig mit so Spaghetti-Trägern. Ich blende euch mal ein Bild ein. Hat mein Mann gestern Fotos von mir gemacht. Weil wir das dann der Schneiderin geschickt haben. Die mein Kleid geändert hat für meine Hochzeit. Und auch das Kleid von meiner Schwester für ihre standesamtliche Trauung. Und ja, sie gerade gefragt, ob sie spontan Zeit hat, das zu ändern. Dann muss ich noch schneiden. Heute Mittag habe ich noch einen anderen Termin. Und ich muss noch was anderes in Köln abholen. Plus, ich wollte meiner Schwester so ein... Ich kann halt nicht so super viel erzählen, ne? Weil die guckt ja auch meine Videos. Aber ich wollte meiner Schwester so ein Geschenk machen. Und dafür muss ich auf jeden Fall einen DMen. Das klingt nicht so stressig. Aber dadurch, dass ich immer ganz wenig Zeit zwischen den Terminen habe, wird es wahrscheinlich stressig. Eigentlich wollte ich euch noch den Mantel verlinken. Aber der ist schon wieder ausverkauft. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Aber ich glaube, ich werde den in Beige noch rausbringen, weil der so schön ist und so bequem. Let me know, was ihr dazu sagt. Aber jetzt gehe ich erstmal los. Ich habe hier das Kleid und meine Tasche. Und mich. Mein Parkschein ging bis 19 nach. Und wir haben 24 nach. Und in Köln bedeutet das manchmal schon 30 Euro Strafe. Ich habe mir jetzt noch einen Kaffee geholt. Habe eine Banane von zu Hause noch mitgenommen. Fahre jetzt nach Hause. Und das Auto riecht nach Kaffee. I love it. Da will jemand in meinen Parkplatz ran. Ja, ja, ja. Das war ein begehrter Parkplatz. Ich sage dir. Bitteschön, mein Freund. Gleich kommt der Bruder von meinem Mann. Und dann kommt dieser Teppich hier drunter. Ich freue mich. Und dann tue ich auch den neuen hier in die Küche. Und kann mal gucken, was für Vasen und sowas es gibt. Aber das hat jetzt heute keine Priom. Einfach ein Teppichparadies hier geworden. So cool. Ich bin fleißig am Schneiden, während mein Mann uns Mittagessen gemacht hat. Für meinen Mann und mich gibt es Fischstäbchen und für Maja Nuggets. Weil sie mag keine Fischstäbchen. Was mir unerklärlich ist übrigens. Und Pommes und Salat. Wow, Baby, danke. Gesundheit. So, ich habe jetzt das Video fertig geschnitten für heute. Ich zeige euch im Freitagsvideo, was noch von Benuta angekommen ist. Die Kissenbezüge und Tagesdecken für Mama und Lana. Und ja, ansonsten habe ich euch, glaube ich, alles gezeigt, oder? Falls ihr was vergesst, schreibt es mir, damit ich am Freitag wieder daran denke. Es schneit nicht mehr. Ich werde gleich zu meinem Termin fahren. Der Bruder von meinem Mann ist da. Und die tun jetzt den Teppich unter die Couch. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und ja, danke fürs Zusehen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns am Freitag zu einem neuen Video wieder. Abonnieren nicht vergessen. I love you. Bye, bye.